Der Social Swap.io Dex Aggregator wird einen massiven Einfluss auf die Nutzung der Tron Blockchain haben. Die Alleinstellungsmerkmale, die er liefert, verändern die Art des Tauschens von Token massiv. Du wirst in der Lage sein, Token zum niedrigsten Preis zu kaufen und zum höchsten Preis zu verkaufen, wann immer du willst. Und das ist nur eine der Innovationen, die Social Swap.io von nun an liefert. Kommen wir zu den Vorteilen. Lasst uns mit dem Limit Order Protokoll starten. 1. Keine Gebühren. Für die Nutzung des Social Swap Limit Order Protokolls werden keine Gebühren erhoben. Dieses macht das Protokoll extrem benutzerfreundlich und für jeden zugänglich. 2. Dynamische Preisgestaltung. Die Preisberechnung erfolgt durch automatisierte Smart Contracts basierend auf Angebot und Nachfrage. Durch Verbindung aller Dexes auf der Tron Blockchain. 3. Bedingungsabhängig. Nutzer können ihre Aufträge mit bestimmten Bedingungen für die Ausführung versehen, um den Gewinn bei Handelsgeschäften zu maximieren. 4. Stop-Loss Order. Eine Stop-Loss Order wird ausgeführt, wenn sie einen bestimmten, vom Nutzer festgelegten Preispunkt erreicht. 5. Trailing Stop Order. Bei einer Trailing Stop Order für den Verkauf, die ebenfalls über die Funktion für bedingte Aufträge implementiert wird, legt der Nutzer den Stop-Kurs auf einen festen Betrag unter dem Marktpreis fest, wobei ein Trailing Betrag hinzugefügt wird. 5. Steigt der Marktpreis, erhöht sich der Stop-Kurs um den Trailing Betrag. 6. Fällt der Kurs, bleibt der Stop-Loss Kurs unverändert. Kommen wir zum Aggregator-Protokoll. Das Protokoll bezieht Liquidität von verschiedenen verfügbaren Börsen und ist in der Lage, einzelne Handelstransaktionen auf mehrere Dexes aufzuteilen, um die besten Preise zu garantieren. Wenn du dir einen Flug buchst und mit hunderten Menschen in einem Flieger sitzt, weißt du bestimmt, dass kaum jemand den gleichen Preis für denselben Flug zahlt. Die einen zahlen mehr, die anderen weniger. Immer abhängig davon, auf welcher Seite, zu welcher Zeit, nach welchem Flug du suchst. Du kannst dir das so vorstellen, dass unser DEX-Aggregator in diesem Fall hergeht und unter allen möglichen Routen die günstigste raussucht und dir genau diese anbietet. All das macht er in weniger als einer Sekunde. Und so funktioniert es genau. Das Protokoll bietet Aggregationsinformationsdienste zu Börsenprotokollen und Netzwerken. Kernstück des Protokolls ist der Social Swap Smart Contract, der die Ausführung von Transaktionen während der Laufzeit verifiziert. Dadurch können die Gelder der Nutzer auch im Falle einer Interaktion mit einer unsicheren Liquiditätsquelle nicht verloren gehen. Da der Smart Contract die Sicherheit gewährleistet, kann das Protokoll in verschiedenen Aggregationsinformationsdiensten wie Pathfinder, der von Social Swap entwickelt und betrieben wird, eingesetzt werden. Der Pathfinder ist ein Aggregationsinformationsdienst von Social Swap. Er findet in weniger als einer Sekunde die besten Handelswege über mehrere Märkte hinweg und berücksichtigt dabei die Gas Fees. Und zu all dem kommt noch die Social Swap Trading Fee Rückerstattung ins Spiel. Null Trading Gebühren. Für alle Trades, jederzeit. Abhängig von der Höhe deines Einsatzes erhältst du bis zu 100% der von dir gezahlten Handelsgebühr auf der Blockchain zurück. Dafür gäbe es kein besseres Timing als genau jetzt. Immer mehr mussten bereits feststellen, dass das Interagieren mit der Tron Blockchain immer mehr Fees kostet. Das betrifft Millionen von Menschen und Social Swap hilft genau diesen Menschen dabei, am Ende des Monats mehr Geld in der eigenen Tasche zu haben. Wenn du jetzt gerade SST Token im Farming oder auf deiner Wallet hältst, kannst du mit ruhigem Gewissen in die Zukunft blicken. Denn wie du vielleicht schon mitbekommen hast, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort.